Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anka Trink-Wehrbach. Ich mache vor allem Weiterbildungen für Trainer und Therapeuten im Pferdebereich zum Thema Blickschulung. Und vielleicht hast du ja Lust, hier auch ein bisschen deinen Blick zu schulen oder mal etwas hinter die Kulissen zu schauen. Und heute möchte ich dich mal entführen in ein kleines Thema, das heißt die Schiefelhüfte des Reiters. Ich habe dazu auch einen Kurs gemacht, aber ein bisschen was kann ich dir ja hier auch schon verraten. Wir hatten das Bootcamp Reiters Perfection mit der Sina Schäfer. Wir haben ja auch einen Podcast zusammen. Müsst ihr mal reinhören, richtig spannend. Jedenfalls haben wir da das Thema den Reitersitz perfektionieren besprochen und da gehört natürlich auch einiges dazu. Das heißt, wenn wir persönlich nicht gerade sind, können wir natürlich auch unseren Reitersitz nicht perfektionieren. Wir können eventuell verbessern, aber nicht perfektionieren. Und dann haben wir eventuell auch noch ein schiefes Pferd, was wir auch noch gerade bekommen sollen. Und aus dieser ganzen Geschichte ist ein ganz, ganz toller Kurs entstanden. Das heißt, wir schauen uns da ganz genau an, wie wir erkennen können, also selbstständig als Reiter oder natürlich auch als Trainer, wenn wir kein Therapeut sind, wie wir erkennen können, ob der Reiter schief ist. Ich zeige dir sogar, wie du den Reiter gerade bekommst, wie wir erkennen können, ob das Pferd schief ist und welche Therapeute helfen kann und wie wir natürlich jetzt auch noch die Hilfengebung dementsprechend verbessern. So, diese Hüfte, also das Hüftthema des Reiters ist ja wirklich, wirklich essentiell, weil in der Hüfte werden natürlich auch unsere Emotionen gespeichert. Das heißt, alles, was wir jemals erlebt haben und als Reiter haben wir ja schon einiges meistens mitgemacht, von Stürzen über Angstzustände, Kontrollverlust plus natürlich dann irgendwelche anderen privaten Themen. Und die werden alle in dieser Hüfte gespeichert und wenn wir nichts dagegen tun, übertragen wir das natürlich eins zu eins aufs Pferd. Weil wir haben beim Pferd, der genau da, wo wir sitzen, natürlich auch verschiedene Akupunkturpunkte, die dann natürlich die Energie mit aufnehmen, die wir auch wieder reinsenden. Wenn wir aber jetzt eine schiefe Hüfte haben, unabhängig jetzt von den ganz vielen Emotionen, die da immer wieder drin sind, haben wir natürlich ein viel größeres Problem und zwar Punkt 1, unser Pferd fängt an, uns zu spiegeln und wird auch schief. Und Punkt 2, die Kommunikation zwischen uns und dem Pferd ist natürlich extrem fehlerhaft. Heißt, wir sollten uns relativ schnell begradigen und das Lustige ist ja, dass die wenigsten Reiter und auch Trainer die Schiefe überhaupt erkennen. Auch bei den Therapeuten kenne ich nur wenige, die relativ schnell die Schiefe im Pferd und im Menschen erkennen können und sofort auch wissen, wie sie sie behandeln können. Also, das heißt, wenn du jetzt Trainer bist oder natürlich auch Reiter bist, würde ich dir eins mal empfehlen, einmal bei dir und vielleicht auch bei deinen Reitschülern, macht mal wirklich Fotos von euch, von vorne, von hinten, im Optimalfall natürlich, ohne dass es jemand sehen kann. Dann lasst ihr euren Partner, wenn ihr nackig seid, mal den Rücken fotografieren und schaut es euch an. Wie laufen dann da die Wirbel? Sind die schief? Machen die so eine S-Kurve oder gehen die gerade hoch? Wie sieht das Pferd von vorne aus? Wie sieht es aus, wenn wir oben drauf sitzen? Sind unsere Knie auf der gleichen Höhe? Also, was ist, wenn das Pferd von hinten aufgenommen wird? Ist denn da alles gleich groß, also gleich hoch? Weil das ist natürlich auch super, super spannend. Und wenn du Lust hast, nehme ich dich mal ganz kurz mit in eine kleine Mini-Präsentation. So, diese beiden Bilder sind entstanden bei meinem Buch, jetzt muss ich gerade überlegen, Pferde gymnastizieren war es, genau. So, was wir jetzt hier ganz schön erkennen können, weswegen ich auch gemeint habe, macht mal Fotos von euch, während ihr auf dem Pferd sitzt, dass wir zum Beispiel hier das Knie sehr weit oben haben und hier ist es eigentlich fast auf unserer Linie, die ich hier eingefügt habe. Ja, weil mit so einer Linie kann man das natürlich immer relativ schnell dann auch anschauen, ob das denn so passend ist oder nicht. Und wenn wir jetzt von hinten schauen, sieht es im ersten Moment ja relativ gerade aus. Wenn wir uns das aber ganz genau anschauen, wir bleiben mal hier, sehen wir, dieses Knie war ja ein Stück weiter höher. Hier knickt die Reiterin in der Hüfte ein und diese Schulter wird mechanisch gehalten, also wirklich mit Muskelkraft an dieser Stelle gehalten. Warum ist das so? Also, es ist eigentlich eine ganz, ganz typische Geschichte für einen Rechtshänder, dass es genau so aussieht, ja, dass das Knie ein bisschen höher ist, dass wir da die Hüfte verschoben haben, also ein Einknicken in der Hüfte haben, weil die meisten Rechtshänder auch natürlich ihre Hüfte so ein bisschen weiter unten haben, ja, wir kennen das alle, wir stehen auf allen Beinen, ein Bein stellen wir immer so ein bisschen weg oder ist ein bisschen angewinkelt oder wird sogar überschlagen, je nachdem. Also, es ist irgendwie so ein langes Bein da, ja, und genau diesen Punkt, den haben wir natürlich in Reiter's Cue in Perfektion komplett einmal durchgegangen, wie ihr natürlich auch die Hüfte begradigen könnt, wie ihr allgemein euch begradigen könnt und wie ihr natürlich das auch erkennt. So, wichtig ist, wir als Reiter oder auch natürlich als Menschen an sich, wir möchten immer, dass unsere Augen auf einer Höhe sind, also auf der Horizontalen, weil wenn wir so schief gucken, außer wir sind natürlich Reitlehrer und stehen immer in der Mitte, dann machen wir es ja furchtbar gerne so, aber wenn wir so schief gucken, dann werden wir auch relativ schnell müde. Ihr kennt es bestimmt, ihr sitzt vor dem Fernseher, einmal so in die Schräglage gekommen und zack, wird man dann irgendwann sehr, sehr müde und schläft ein. Vor allem nach einem langen Stalltag. So, das heißt also, unser Reiter möchte auch immer, dass die Augen auf der Horizontalen sind, sprich symmetrisch zu unserem Boden, okay, und der ganze Körper versucht dann aber irgendwie dieses Gefühl von gerade hinzubekommen. Das heißt, wenn wir jetzt eine schiefe Hüfte haben, knicken wir in der Hüfte ein, um zumindest das Gefühl zu haben, wir sitzen gerade auf dem Pferd. Jetzt haben wir also da so einen Schlenker drin. Jetzt muss aber die Schulter wieder an die richtige Stelle, weil ansonsten, wir wissen ja, sieht ja doof aus, will ja keiner so da sitzen, also ziehen wir die Schulter hoch. Okay, also jetzt sehen die Schulter schon mal gerade aus, die Hüfte scheint auch gerade zu sein, nur halt in der, also haben wir unsere Hüfte abgeknickt, aber das sieht ja keiner, wenn wir jetzt einen dicken, fetten Pulli anhaben oder so. Aber das Pferd spürt es natürlich richtig gut. Also, das heißt, da müssen wir unbedingt drauf achten, dass wir dann natürlich einen guten Therapeuten auch für uns selber finden, dass wir immer schön gerade sind, weil wir ansonsten natürlich dem Pferd richtig viele blöde Sachen aneignen. Sprich, plötzlich kommt der Rückenmuskel weiter nach oben, weil wir da gar nicht sitzen und das Pferd kann sich nicht mehr richtig biegen oder wir haben Ausweichmechanismen der Hinterbeine, die dann plötzlich unter das Zentrum fußen, weil wir von oben eben eigentlich das Kommando so gegeben haben, obwohl wir es gar nicht wollten. Und der nächste Punkt ist natürlich, wir klemmen auch, wenn es blöd läuft, leider auch sehr häufig, die Schulter des Pferdes ein. Jetzt kann es gar nicht mehr raumgreifend nach vorne treten. Wenn es nicht mehr raumgreifend nach vorne tritt, tritt es eher nach oben oder fängt an zu schlurfen. Das sind alles Punkte, die natürlich dann wieder zu Blockaden führen und dann wieder zu krankmachenden Symptomen, sprich, wir müssen einen Tierarzt holen oder natürlich einen Therapeuten. Und das Ganze nur, weil wir uns nicht gerade gemacht haben. Deswegen ist mir das Thema auch so super wichtig. Wenn du anfängst, dein Pferd zu trainieren, dann musst du dich selber erst mal gerade machen. Und dann hilft es dir nicht, nur den Ausgleichssport zu machen oder auf irgendwelchen Bällen rumzurutschen oder sowas, sondern du musst wirklich jeden Wirbel an die richtige Stelle bekommen, dass die Statik passt. Weil erst wenn die Statik passend ist, kannst du deine Muskulatur da drumherum formen. Und dann macht Ausgleichssport Sinn. Dann macht es Sinn, viel auf dem Pferd zu sitzen. Und gerade wir Trainer, wir kennen das nur zu gut. Wir sitzen auf irgendeinem bockenden Pferd, plötzlich, zack, wir sind schief. Wir sitzen aber jetzt gleich auf dem nächsten Pferd und komischerweise, nach ein paar Monaten, wenn wir uns nicht begradigt haben, sind alle Pferde gleich schief. Wir haben keine linkshändrigen und rechtshändrigen Pferde mehr, sondern wir haben nur noch zum Beispiel rechtshändrige Pferde. Und daran sind wir aber dann schuld. Das ist nicht so geil. Und wir machen natürlich unseren Körper auch noch kaputt. Ich habe bis heute noch so einen blöden Wirbel, der immer zur Seite schnalzt, wenn ich bestimmte Abläufe mache, die ich eben früher sehr häufig gemacht habe. Und muss jeden Tag diesen blöden Wirbel wieder an die richtige Stelle bringen. Weil ansonsten, wenn ich natürlich die Pferde reite, habe ich auf Dauer genau an dieser Stelle, wo mein Wirbel schief ist, auch den Wirbel von den Pferden schief. Und jeder Wirbel steht ja auch für eine emotionale oder beziehungsweise mentale Sache und bringt natürlich auch noch Krankheitssymptome mit. Sprich, wenn du immer verstopfte Nebenwöhlen hast, immer wieder Kopfschmerzen oder andere Symptomatiken, kann das auch mitunter darin liegen, dass deine Wirbel schief sind. Und wenn wir das uns jetzt auch noch überlegen, dass wenn wir, die meisten Menschen sind schief und haben ihre Wirbel nicht unter Kontrolle, also sprich sind gerade, wie geht es denn dann den Pferden? Und da muss ich dir einen Tipp mal mitgeben, versuch mal oder geh mal über die Pferderücken drüber und versuch mal, die Wirbel zu erspüren. Und was ganz, ganz krass ist, die meisten, 99 Prozent der Pferde, fühlt sich das so an. Ähnlich wie bei uns, hoppelti, 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 hoppelti. Wie es sich aber eigentlich anfühlen sollte, weil das Dornfortsatzband da oben drauf liegt, ist wie ein kleiner Babypoko. So, wunderschön sanft, ohne Hubbel. Welches Pferd hat das? Und das ist genau der Punkt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass nur Dorntherapeuten überhaupt die Wirbel so an die richtige Stelle bekommen, dass das Dornfortsatzband auch wirklich obendrauf liegen kann. Bei allen anderen Therapiemethoden habe ich persönlich, wenn du eine andere Erfahrung gemacht hast, schreib es gerne rein, freue ich mich sehr, weil je mehr tolle Menschen wir haben, die den Pferden helfen können, desto besser. Es geht nie um diese eine Meinung. Es geht immer darum, dass wir helfen können und jeder seine Meinung mit Ball einbringt und wir aus verschiedenen Blickwinkeln gucken können. Okay? Aber trotzdem ist meine Erfahrung, dass bisher nur Dorntherapeuten das wirklich geschafft haben. Und ich hatte schon sehr, sehr viele Therapeuten an meinen Pferden, habe mit sehr vielen Therapeuten zusammengearbeitet und habe mich natürlich auch in jegliche Art der Therapie mal reingefuchst, weil ich ja auch so ein Typ bin, der denkt, Oh, vielleicht weiß ich irgendwas nicht, ich muss noch mehr lernen. Genau, aber wenn du auch so ein Typ bist und du möchtest noch mehr lernen, kann ich dir wirklich diesen Kurs Riders Cube bzw. das gesamte Bootcamp Riders Perfection empfehlen. Und dann kannst du dich richtig schön gerade machen und alle Pferde natürlich auch sehr schnell analysieren. Was du dann natürlich nicht lernst, ist, wie du sie gerade machst. Aber das kann ich dir auch beibringen. Also in diesem Sinne, mach's gut und bis bald. Tschüss!